Vor dem Schlafen gehen sollst du eine Runde Donkey spielen oder eine Frau verbrauchen. Hallo Freunde, der NRWB18 hier. Ja, und da mir zweites nicht zur Verfügung steht, begnügen wir uns mit dem ersten und spielen eine Runde Donkey Kong 64 vor dem Schlafen gehen. Die liebe Babsi, sei mir gegrüßt. Danke an dich. Sie versorgt mir, versorgt mir, versorgt mich hier immer mit neuesten Informationen, die ich auch benötige. Also, sie hat mir gesagt, diese Erdhügel, die hier überall rumliegen, gibt es wohl in jedem Level. In der Overworld gibt es mehrere, die geben Bananen. Das sind wohl die Bananen, die mir dann bei einigen wählen. Achso, das Schiff. Und, ähm, ähm, ein Gordé kann ich nur mit... Äh, ja. Oui, äh, gehe ich auch direkt mal hier rein. Können wir nur mit Donkey Kong nutzen, den ollen Schlunzpiepefisch. Warum auch immer man das so hier gelöst hat. Ich wäre es nicht, ich wäre es nicht. Ähm, da war nämlich jetzt das, äh, Schild, genau. Moment, und irgendwo war doch... Da ist Angordé. Können wir also nur mit Donkey Kong... Ach ja, guck mal, hier ist auch alles blau, das ist ja sehr schön. Äh, nutzen. Das heißt, wir wechseln jetzt auch nach Lenki. Bin ich sehr gespannt, was es da zu entdecken gibt. Woppala. Vier Bornnänchen. Ne, fünf Bornnänchen. Da ist ja noch eine. Und drei Münzen. Da sind sie... Halt, 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 halt. Äh, 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 äh. Sehr schön. So, und wo ist Angordé? Da ist Angordé. Ah. Das kann mir aber bitte einer logisch erklären, warum ich nur mit Lenki, äh, diesen... ...kleinen süchen Fisch... ...holen kann. Aha. Kann er den noch einsammeln? Ach nee, die kann er nicht einsammeln. Wow. Oh, wow, 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 wow. Was ist das? Da geht's ja noch weiter runter. Nein, 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 nein. Ach, nicht doch. Ich hab's zu spät gesehen. So eine Scheiße. Noch ein Eingang zu einem Boss. Wie viele Bosseingänge gibt's denn hier? Oder führt das alles zu einem? Mal gucken. Ah, das führt alles zu einem. Okay, gut, die fünf haben wir schon mal hier sind. Können wir abgeben. Oh, ja. Also, es gibt mehrere Eingänge. Die führen aber alle zu einem Eingang. Das ist schon mal gut. Moment, ich hatte... Moment, kann man hier irgendwo... Der hat null Bananen. Das war's auch nicht. 220, das war's auch nicht. 35. Ja, da steht aber nicht, wie viele er aktuell hat. Das ist ja blöd. Nee, dann... Aber ja, versuchen wir's mal. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch schon welche gesammelt hatte. Versuchen wir's mal. Nein. Er hat null Bananen. Donkey Onky hat null Bananen. Ja, er hat wahrscheinlich auch null. Ja. Und Tiny, mit ihr haben wir, glaube ich, auch nichts eingesammelt. Doch! Guck mal wohl. Guck mal da. 25 Bananen aus. Dann haben wir ja gar nicht mehr so viele. Da. 30 Stück noch. Ups. Guck mal, er könnte jetzt schon an das Schloss rankommen, aber... Das Schweinchen zickt rum. So. Äh, Moment. Moment. Bevor ich das vergesse. Hier gibt's nämlich was mit Lenky. Lenky, Lenky, Penky. Ups. Da nenne ich... Nee, die sammelt bitte auch ein. Danke. So, jetzt gehen wir hier nochmal rein. Ups. Die Geräusche, die die immer machen. So, und dann mit ihm wieder nach oben. Nach oben. Denn ist der Finger oben, wird man dich loben. Sehr schön. Ich finde es immer noch faszinierend, wie tief die Affen tauchen können. Und vor allen Dingen, wie lange die die Luft anhalten können. Ich meine, die sind nicht gerade Guybrush Threepwood, der den Atem 10 Minuten einhalten kann. Aber, nun ja. Ach, da wäre auch ein Tauschfass gewesen. Direkt davor. Ne, 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 ne. Angordet. Langsam, 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 du kleiner Fisch. Dum 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 dum. Naja, jetzt räume ich aber ab hier. Hoffentlich finde ich den Kack nachher auch wieder. Oh, der Fisch ist eindeutig zu schnell. Kann der auch mal ein bisschen langsamer schwimmen? Oder ist das das Phänomen wahrscheinlich wieder wie bei dem Schleichen? Ah, da unten ist noch eine Kiste. Ah! Cool. Ist dann wohl eine für Lenky, wa? Ja. Äh, was war das? Ach, ne, gucke an. Ähm. Ne, warte mal. Bevor. Bevor mir die da unten abhanden kommt, will ich die Banane haben. Wo ist sie? Da hinten ist sie. Meine, 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 meine. Donkey Kong. Äh, was haben wir denn hier? Ach, ich glaube, da musste Tiny rein. Kann das... Ja, genau, da ist Tiny. Oh, sollen wir das eben machen? Ah, ich hatte doch hier einen Tauschfass. Gut, dann machen wir das. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit was anderes machen, aber ich komme nicht dazu. So, dann holen wir mit ihm hier eben die Münzen. Nein! Wie schön, dass ich was sehe. So, und jetzt hier rein. Chunky, unten. Ah, danke. Ich bin ja mal so gespannt, wann ich mal endlich hier ein paar Münzen ausgeben kann. Ich sammle jetzt hier so viel. So, hier hinten war nichts. No. Da sind noch zwei Münzen. Und da, ich weiß, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ach, hier, wer ist das denn? Ach, schon wieder so eine Bananenmeerjungfrau, oder was? Ja, das ist bestimmt die Schwester von einer anderen Königin da. Und wieder Tiny. Sehr interessant. Hallo, wer bist du? Man glaubt es kaum, Tiny. Diese Reptilien haben meinen wertvollen Perlen gestohlen und in einer riesigen Schatztruhe verstaut. Auch wenn du viel um die Ohren hast. Nein, überhaupt nicht. Bitte bringe sie mir zurück. Na, super. Naja, und was kriege ich dafür? Erstmal nix. Ist ja wieder klar. Aber gibt's hier sonst noch was? Keine güldende Banane-Dossel? Ne. Guck mal, ja auch einen roten Teppich unter Wasser. Das ist auch nicht schlecht. Oh, da stehen zwei Gabeln. Okay. Ja, schön. Diese Information war jetzt, äh, naja. Ganze drei Münzen wert. Äh. Okay. Perlen. Perlen, Perlen, Perlen. Wo kriegen wir jetzt Perlen her? Hallo? Ist die schon wieder groß? Ja. So, jetzt aber mal endlich mit, äh, ein Gordet hier weiter. Ne, falsche Richtung. Oh, wo ist das Vieh jetzt? Moment. Erstmal hier unten Bananen sammeln. Ach, da wären auch noch grüne Bananen. Ach. Das ist zum Kotzen hier. Oh, wie viele das sogar noch sind. Moment, das ist auch noch ein Mensch. Können wir da drüber weg. Moment. Und der letzte noch. So, ich glaub, das war's mit, äh, Bananen für ihn. Jetzt, wo wir schon mal hier in der Nähe sind. Ich hab ja Zeit ohne Ende. Da ist das Tauschfass. Meine Güte. Mein Deutsch ist hier echt schon im Bett. So, du wieder raus. Und wieder in die falsche Richtung. Na. Und dann, da sind sie. Nee, 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 nee. Oh. Zurück. Kamera. Kamera. Danke, Kamera. Troll. Das steht zusammenarbeiten. Ey, ich bin... Was soll das? Der ist in der Banane. Meine Güte. Dann gibt's auf der anderen Seite... Ja, natürlich gibt's auf der anderen Seite auch noch welche. Oh, Leute. Es ist zum Kotzen mit dieser Kamera. Äh, ich seh nix. Warum schwimmt er denn nicht? Und wieder dran vorbei. Oh. Oh. So, äh, es müssen aber zehn sein, oder? Neun Bananen? Ist doch komisch. Das ist doch immer ne gerade Zahl. Och, ich seh hier null. Kameraperspektive ist hier echt für'n Müll. Da. Ich wollt' doch sagen. So. So. Das waren die. Moment. In diese Wand hier. Äh, wo ist er denn jetzt? Ah, da hinten wieder. So, egal was jetzt passiert. Ich geh jetzt mit Lenky zu Angordet. Na, und wieder. Ich verkehrte Richtung raus. So, wo? Moment, da oben. Ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Man muss jetzt dieses da oben. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Aha. Oh, Donkey. Oh. Wieder nur hierfür. Für neuen Eingang. Aber was bringt das denn? Oh. Wo ist jetzt das Tausch? Was da? Nein. Was hab' ich denn da gesehen? Bananen, Bananen. 20. Wie viel hab' ich gebraucht? 30. Mit denen? Ja, ich hab' alle. Cool. Moment, da will ich die jetzt aber noch haben da von Donkey. Setz dich in Bewegung, Affe. Und langsam, langsam, langsam. Zwei Bananen. Unglaublich. Ne, doch mehr. La, 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 la. Noch mehr. Oh, wir sind doch schon voll. Ist doch schön. Das müssten dann auch 10 Bananen sein. 8, 9, 10. Jawohl. Dann bin ich ja jetzt mal auf den nächsten Endgegner gespannt. Das ging auch relativ schnell. Und dann die anderen denke. Eieiei. So, was hat das eigentlich hier vorne mit auf sich? Entschuldigung. Oh mein Gott. Ah, hier seh' ich... Hier seh' ich, wie viele Bananen ich von den jeweiligen Affen da gegeben habe, oder was? So, 10 von ihm. Mahlzeit. Guck mal. Das Schwein könnte jetzt so einfach da rankommen, aber nö. Lenkypengi. Hoppla. Das ist so süß. Meine letzten Bananen. So, jetzt bin ich gespannt. Wer kommt rein? Lenkypengi bestimmt. Ja. Oh, das Licht geht aus. Wir gehen nach voraus. Rabemmel, 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 rabum. So, Lenky, dann schau' ich mal, was in dir steckt. Bin hier mal gespannt. Oh, der Mond geht auf. Guck mal, die müsste eigentlich schon längst volllaufen mit Wasser. Guck mal, die, die Nussschale ist schon komplett runterlassen. Oh, die. Oh, ich war so ohnmächtig. Äh, was? Oh. Ich hab wieder mit Space. Was müssen sie hier machen? Ah. Hä? Was ist das? Und nun? Was? Muss ich jetzt hier so lang um den rumfahren, oder was? Was ist das denn? Halt, scheiße. Ach du scheiße, ist das jetzt echt der Endboss hier? Mann. Okay. Es ist mal was anderes auf jeden Fall. Lustig. Okay. Jetzt hat er mit Schutschel. ich muss wahrscheinlich dann immer shit immer vier Stück dann ist es da, ist es. Noch einer. Nein. Shit, 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 shit. Jetzt hab ich dich, jetzt hab ich dich. Jawollo. Der cool, der cool, der Gegner ist cool. Vor allem mal was anderes. Muss immer so und springen dreimal auf den Kopf. Wow, 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 wow. Das wird auch immer heftiger. Boah, jetzt hagelt es von oben auch noch. Wow. Shit, 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 shit. Jawoll. Okay, einmal noch. Okay, was macht er jetzt? Er wird immer schneller. Aber Lenky ist noch schneller in seiner komischen Nussschale. Oh, und wir haben noch weniger Zeit. Ei, ei, ei. Wo ist das? Wo ist es? Wo ist es? Andersrum. Scheiße, festgefahren. Wo ist es? Ah. Stress. Ich bin doch gar nicht mehr auf der Arbeit. Ach, aber ich habe ihn noch. Das ist das vierte Mal. Wow, okay. Fünfmal sogar treffen. Und es hat wahrscheinlich jetzt noch knapper werden. Wo ist es? Wo ist es? Und die werden auch immer kleiner. Wow, 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 wow. Wo ist es? Scheiße. Nein, kacke. Wieder von vorne. Ei, 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 ei. Nein. Oh Mann, bitte. Och, nö. Das war jetzt scheiße, das war jetzt echt scheiße. Ich werde ihn doch jetzt... Komm Lenky, wir sind jetzt so gut miteinander. So ein Kack. Wo ist es, wo ist es? Oh, ich seh es nicht. Ja! Jawoll! Da geht denn die Booster aus. Oh Gott, wie süß. Oh, guck mal, wie kleiner er wird. Oh, der war cool. Und... Platsch. Tada! Yippie! In seiner kleinen Nussschale hier. Höp! Gut gemacht, Lenky. Oh, der war cool. Ja, ganz unspektakulär. Achtung! Plumm! Weg! Nicht irgendwie so, hey, du hast es wieder einen Endboss geschafft. Nein, überhaupt nicht. Ja, Freunde, dann würde ich mal sagen, können wir vollen Erfolg verbuchen in diesem Teil. Höp! Hoppla! Hoppla! Und dann geht es im nächsten weiter, würde ich sagen. Bis dahin! NRW über 18. Adieu! Ja, wirklich so. Ja! 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 Ja!